Ein langwieriger Prozess Von meiner Geburt an bis zum siebten Lebensjahr lebte ich in Russland im Altai-Gebiet. Meine Eltern waren damals keine Christen. Auch alle Geschwister meiner Eltern hatten keine christliche Erziehung genossen und wurden nie auf Gott hingewiesen. Nur meine Großmutter von mütterlicher Seite glaubte schon seit langem an ihren Schöpfer. Doch Gott lässt jeden Menschen von sich erfahren. Am 29. Januar 1993 siedelte meine Familie mit meinen Großeltern und einigen Verwandten nach Deutschland um. Da Gott einen Plan mit mir hatte und meine Bekehrung ein Prozess war, begann er schon ganz früh damit, mich auf seine Wege zu lenken. Nach mehreren Umzügen fanden wir endlich unser neues Zuhause. Hier wurde ich eingeschult. Gott bahnte damit den Weg, den in der ersten Klasse freundete ich mich mit Kindern an, die mich zur Kinderstunde einluden. So hörte ich bereits im jungen Alter von Jesus, dem Sohn Gottes. Gott gab mir ein offenes Herz für seine Botschaft und ich ging liebend gern zu den Kinderstunden. Meine Eltern waren nicht dagegen. Selbst zu den Gottesdiensten begleitete mich meine Mutter regelmäßig. Parallel dazu fuhren wir in den Ferien als Familie immer zu meinen Großeltern, die damals ca. 400 Kilometer von uns entfernt wohnten. Wir konnten uns nicht oft sehen und meine Großmutter konnte mir nur dann aus der Bibel lesen, wenn ich mal zu Besuch war. Oft erinnerte sie mich daran, dass sie für mich betete, damit ich zum Glauben käme. Sie lehrte mich mein erstes Gebet. Müde bin ich, geh zur Ruhe, schließe meine Augen zu. Dieses Gebet war nun mein ständiger Abschluss für den Tag. In dem Aussiedlerlager, in dem meine Großeltern lebten, gab es einige Christen, die sich um die Neuankömmlinge kümmerten. Es wurden viele gemeinschaftliche Akteten organisiert, wie beispielsweise Gottesdienste für Jung und Alt. Für mich und meine Eltern wurde es die zweite Heimat in Deutschland. Jedes Jahr führte der Verein eine christliche Kinderwoche durch, auf der ich immer dabei war. Gott arbeitete durch sein Wort an mir. Die christlichen Lieder gefielen mir sehr und fanden schnell einen Platz in meinem Herzen, sodass ich sie auch gerne in dem 400 Kilometer weit entfernten Zuhause sank. Von dem Verein erhielt ich eine Bibel geschenkt, wofür ich Gott dankbar bin. Auch wenn ich vieles nicht verstand, las ich sie gerne und ich muss im Nachhinein erkennen, dass es Gott selbst war, der mir im Alter von zehn Jahren das Verlangen zum Lesen gab. Dazu bekam ich viele christliche Kinderbücher, die von Gott handelten. Ich hörte und las auch in den Kinderheften, dass jeder Mensch ohne Gott verloren ist und dass der Zugang in den Himmel nur durch Jesus möglich ist. Nach einer gewöhnlichen Kinderstunde ging meine Freundin zu der Gruppenleiterin und sagte, dass sie sich bekehren wolle. Als ich das Gespräch mitbekam, fragte ich, was es mit einer Bekehrung auf sich hatte und welche Konsequenzen das mit sich bringen würde. Nach der verständlichen Erklärung der Leiterin wurde mir klar, dass ich dies auch tun müsste, denn ich hatte Jesus lieb und wenn er es so haben wollte, war ich bereit, es zu tun. Anschließend beteten wir zu dritt. An dem kommenden Sonntag wurde es der Gemeinde öffentlich mitgeteilt. Die Gemeinde freute sich mit uns Kindern. Ich weiß noch genau, dass nach meinem Gebet die Gemeinde in mein Amen mit einstimmte. Das hat mich so sehr gefreut, dass ich am liebsten die ganze Gemeinde und Welt umarmt hätte. Leider konnten meine nicht wiedergeborenen Eltern mich weder in den göttlichen Prinzipien unterweisen, noch mir ein Vorbild für das christliche Leben sein. Ich versuchte, so gut ich konnte, das Richtige zu tun. An dieser Stelle appelliere ich an alle Kinder aus christlichen Elternhäusern, Gott gegenüber dankbar zu sein, dass er Eltern schenkt, die den Heiland lieben und ihr Bestes versuchen, die biblischen Grundsätze weiterzugeben. Auch wenn christliche Eltern nicht perfekt sind, liegt darauf ein besonderer Segen, den man als Kind genießen darf. Die Gemeinde, in der ich mich bekehrt hatte, bekam mit der Zeit mehr und mehr unbiblische Ansichten. Das Prinzip aus 1. Johannes 1, Vers 9 So wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Untugend. Wurde nicht direkt gelehrt. So war mir der Sinn dieser Worte damals nicht verständlich. Doch der Herr führte es so, dass meine Großeltern in unsere Nähe zogen und meine Großmutter sich einer bibeltreuen Gemeinde anschloss, die ich mit ihr einige Male besuchte. Diese Gemeinde war mir ein gutes Vorbild. Im Alter von zwölf Jahren durchlebte ich eine träge Phase, in der ich zum Wochenendchrist wurde. Die Bibel wurde für mich uninteressant und ich hörte auf, darin zu lesen. An den Wochentagen bestand mein Leben aus irdischen Vergnügungen, aber sonntags war ich dann fromm, in den Gottesdienst zu finden. Dieser Zustand dauerte nicht lange, bis Gott mir die Frage aufs Herz legte, du kannst so nicht weiterleben wie bisher. Entweder du bist ganz für mich oder ganz für die Welt. Du musst dich entscheiden. Du kannst nicht mir und der Welt dienen. Zu meiner Lauheit kamen persönliche und familiäre Schwierigkeiten hinzu, die mich dazu brachten, die Bibel wieder aufzuschlagen. Nun begann ich, regelmäßig in der Heiligen Schrift zu lesen und mit der Zeit brachen meine Beziehungen zu den alten Bekanntschaften ab, die mich von Gott weglenkten. Immer häufiger dachte ich über Gott und meine erste Begegnung mit ihm nach. Mir wurde mehr und mehr bewusst, dass es Gott nicht gefiel, wenn ich mich zwar Christ nannte, aber seinem Wort nicht gehorsam war. Dann beschäftigte ich mich mit schriftlichen Bibelkursen, worin der Heilsplan Gottes deutlich erklärt wurde. Eine Lektion packte mich besonders. Gott sprach ganz deutlich zu mir. Ich merkte, dass ich für den Weg, den ich bis jetzt gegangen war, auf Knien um Vergebung fliehen musste. Mir war klar geworden, dass ich die Zeit über versucht hatte, sowohl Gott als auch der Welt zu gefallen, doch dieses war kläglich gescheitert. Gott ist wie ein verzehrendes Feuer und er hat keinen Gefallen daran, wenn wir beide Wege gleichzeitig gehen wollen. So kniete ich mich in meinem Zimmer hin und betete zu Gott. Damals dachte ich, ich müsste nach dem Gebet etwas spüren, doch zu meiner großen Enttäuschung tat sich nichts. In diesem Augenblick erinnerte ich mich an eine gute Anweisung im Bibelkurs, dass man sich nicht auf Gefühle verlassen sollte, sondern die Vergebung dankend im Glauben annehmen müsse. Das versuchte ich auch, aber es fiel mir sehr schwer, denn ich hatte weder die notwendige Unterweisung noch die Erkenntnis, dass man als Christ den geistlichen Kampf überstehen muss. Erst im Verlauf meines weiteren Lebens habe ich dieses festgestellt und dann auch lernen müssen, damit richtig umzugehen. Dieses Bußgebet blieb mein gehütetes Geheimnis. Niemand erfuhr davon, selbst der Gemeinde teilte ich es nicht mit, vielleicht auch deshalb, weil ich damals sehr schüchtern war. Jedoch war ich mir sicher, dass ich mich zurück zu Gott gewandt hatte, denn ich tat es ja nach der Einleitung des Bibelkurses und die angeführten Bibelstellen bestätigten es. Mir wurde immer mehr bewusst, dass das Wort Gottes im Glauben anzunehmen ist. Mein Verlangen steigerte sich, an den Gottesdiensten, dem Gesang und den Gemeinschaften mit Christen teilzunehmen. Sobald sich eine Möglichkeit anbot, versuchte ich, überall in der Gemeinde mitzuwirken. Mein Bestreben war es, Gott zu gefallen und das aus einem kindlich aufrichtigen Glauben. Einige Zeit verstrich und ich merkte, dass in der Gemeinde immer mehr Ansichten vertreten wurden, mit denen ich ganz oder teilweise nicht einverstanden war. Bei einer Gemeinschaft mit Teenagern erzählte uns der Leiter nach der Bibelarbeit, dass er kürzlich den Spider-Man-Film im Kino angeschaut hatte und riet uns, diesen Film nicht anzuschauen, weil darin sehr viele okkulte Zeichen zu sehen waren. Da ich diesen Trickfilm für Kinder schon kannte, war er mir nicht neu. Auf eine Frage von mir bekam ich eine Antwort, über die ich einige Zeit nachdenken musste. Man kann ja nicht darüber sprechen, wenn man es nicht selbst gesehen hat. Man kann die Leute nur dann warnen, wenn man weiß, wovon man spricht. Ich kam zu dem Entschluss, dass diese Ansicht Jesus nicht gefallen würde. Er würde nicht wollen, dass ich mir etwas Schlechtes anschaue, um andere warnen zu können. Ich hatte ja selbst gekostet, was die Welt bot. Ich wollte davon frei werden und mich nicht wieder darin verstricken. Auch verstand ich nicht, warum einige anderer Meinung waren, obwohl die Bibel dazu genaue Anweisung gab. Diese und manche andere Situationen entfremdeten mich immer mehr von dieser Gemeinde. Trotzdem besuchte ich weiterhin die Gottesdienste, in der Hoffnung, dass sich in dieser Hinsicht noch einiges ändern würde. Mit der Zeit lernte ich Gottes Verheißungen, Ansichten und Anweisungen für mich persönlich anzunehmen und versuchte, sie so auszulieben, wie ich es verstand. Dies war nicht immer leicht, da das Verständnis sich in verschiedene Richtungen teilte. Umso mehr war ich erfreut, wenn ich die Möglichkeit hatte, die bibeltreue Gemeinde meiner Großmutter besuchen zu können. Dort fühlte ich mich wohl, obwohl mir alle Leute fremd waren. Die Taufe Ein neues Kapitel begann in meinem Glaubensleben, das von Zweifeln geprägt war. Durch Bibelferse und Christen wies Gott mich darauf hin, dass ich diesen Schritt des Gehorsams tun sollte. Aber ich bin doch erst 15 Jahre alt, viel zu jung, sträubte ich mich zuerst. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Markus 16, Vers 16 Ich verstand diese Worte, aber in mir kamen immer wieder Zweifel auf, weil mir bewusst war, dass ich noch nicht gut genug dafür war. Im Gebet brachte ich mein Problem zu Gott. Mit dem 25. Vers aus Klagelieder 3 bestätigte Gott mir, dass der Herr zu denen gütig ist, die auf ihn haaren und die nach ihm trachten. Aufgrund der Unterschiede in gewissen Ansichten mit der liberalen Gemeinde kamen mir außerdem Fragen auf, wie soll ich mich wirklich in dieser Gemeinde taufen lassen? Wie wird es werden, da ich doch andere Ansichten habe? Darüber sprach ich mit meiner Mutter. Sie hatte nichts dagegen, dass ich mich taufen lassen wollte. Sie empfahl mir sogar, erst mit jemandem aus der Gemeinde zu sprechen, was ich dann auch tat. Nach diesem Gespräch fühlte ich, dass Gott mir eine weitere Bestätigung zur Taufe gab und ich hoffte sehr, dass ich etwas dazu beitragen könnte, dass die freigesinnte Gemeinde bibeltreuer werden würde. So wurde ich am 3. März 2002 mit 16 Jahren getauft. Gott führte mich weiter auf wunderbare Weise. Schon im Sommer 2001 hatte ich eine Familie kennengelernt, wo Mutter und Tochter eine bibeltreue Gemeinde besuchten. Trotz einiger Umstände wuchs unsere Freundschaft. Gegen Ende des Jahres 2002 lud mich meine Freundin zu ihren Jugendstunden ein und es war mir bewusst, dass dies mein nächstes geistliches Zuhause werden könnte. Ich erlebte eine weitere unglaubliche Führung Gottes. Ein halbes Jahr verstrich. Als ich dann um die Aufnahme in der Gemeinde bat, erkannte ich immer mehr, dass ich in meinem Leben nicht alles in Ordnung gebracht hatte. Damals verstand ich nicht, was mit mir los war, aber heute kann ich sagen, dass mir die richtige Unterweisung über das Sündenbekenntnis sowohl von zu Hause als auch von der Gemeinde fehlte. Es wurde immer wieder ermutigt, Jesus anzunehmen, aber es wurde nie gelehrt, dass ein Christ die Sünden lassen und sie vor Gott und Menschen bekennen soll. Dies soll keine Entschuldigung sein, sondern nur Gottes wunderbare Führung mit mir verdeutlichen. Die Stelle aus 1. Johannes 1, Vers 9 wurde mir durch den Heiligen Geist sehr deutlich. Mir war bewusst, dass ich als Kind weder alles direkt beim Namen genannt hatte, was mir an Sünden bekannt war, noch um Vergebung bei den Menschen gebeten hatte. Bei einem Seelsorgegespräch erneute ich meine Entscheidung in einem Bußgebet. Anschließend bat ich bei meinen Eltern und meinem Bruder um Vergebung. Nachdem ich die Gemeinde gewechselt hatte, wurde ich nicht perfekt. Doch Gott schenkte Wachstum und Erkenntnis im geistlichen Leben und zeigte mir, wie wichtig es war, jeden Tag mit Jesus zu leben und mit seiner Waffenrüstung im geistlichen Kampf zu siegen. Es war Gnade, immer mehr mit dem Verstand und Herz zu begreifen. Aus dem Glauben kann man die Vergebung und Liebe Gottes annehmen. Denn aus Gnade seid ihr selig geworden durch den Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Epheser 2, Vers 8 Gnade ist es. Musik Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020